Hallo und herzlich willkommen! Der nächste Mario-Hack steht vor der Tür. Diesmal schon wieder ein gedownradeter. Werde ich auch nur machen, also ich werde keine machen, die jetzt so gefamed sind und whatever. Also, nächster Mario-Hack ist... Mario is sick! Mario is sick! You need to get him to the doctor! Ja, ich hatte das auch mal angezockt. Erasen wir das einfach mal. So, und ich würde sagen... Dann geht es ohne Umschweife los, wenn ich... Hab keine Ahnung von dem, was ich hier gerade tue. You need to get Mario to the doctor on the other side of Mario's Island. He isn't feeling well. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Wenn das Spiel mich dann... Hallo. Auch mal lässt. Danke. So. Island Night. Ja, ich mit meinen Safe State. Es geht wieder los! Yay! Äh, ja, okay. Wir haben einen Pilz gekriegt. Mario, well, my objective here is to get to the doctor. Hopefully he or she can give me something to cure my illness. Dann wollen wir mal los, bevor Mario, die olle Memme, abkratzt und ja, die sind episch. Die können da durchgehen. Und ich hab den ja jetzt so... Bist du jetzt da hingeglischt oder was? Hallo. Ach, dann lasse ich halt die... Obwohl. Fick. Ich wollte gerade die Yoshi können, Yoshi können lassen. Aber egal. Get to the... Goal. Äh. Falls wir vergessen haben, was man bei Mario macht zum Ziel laufen, steht es hier nochmal. Sehr nett. Und höflich und so. Und total unnötig. Aber egal. Stirb. So. Nein, da will ich diesmal hoch. Ja, letztes Mal, wo ich angetestet hab, bin ich da nicht hochgekommen, genau wie jetzt auch. There are Banzai-Bills all over the place. I better watch out for them. I can't wait until the... Oh. Until I get rid this illness. Ja, meine Englisch... Meine Englisch... Ich rede Sätze nicht mehr zu Ende. Egal. Es wird überbewertet. Sätze beendet. Zu... Tuen. Äh. Äh. Stirb, du Goomba. Ah. Erstes Level geschafft. Mit Yoshi-Köln vorbeilaufen. Aber egal. Oh nein, sie erwischt uns voll. Wir sind tot. Nein. Gott. Das labert. Ich bin Bullshit. Nächstes Level. Oh Gott. Hm. Das soll wahrscheinlich Mai heißen. My Island Sunrise. Safe State. Through the cave. Ach nee, ich dachte, ich stehe da und warte, bis die Zeit um ist. So. Yoshi! Yoshi! Yoshi heard you were feeling down. So Yoshi came over the hell to hell. Oh Mann. Hop on and Yoshi will take you to the Dr. Mario. Thank Yoshi. So, nehmen wir mal ein P-Switch mit. Wee. Is it me? Or the actual bullet bills coming out of the wall? I might be hallucinating. Ja, er könnte auch hallucinieren. Mein Englisch ist halt schlecht. So. Stirb. Ich will... Spuck mal aus. Spuck mal da hin. Genau. Bist du... Hast du doch... Hm. Ah. Nö. 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 Nö, 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 nö. 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 Das gibt es nicht. So. Ja, lass mich in Ruhe. Hallo. Blödes Yoshi... Yoshi-Getier. Alter. Langsam reicht's. Ja, halt die Schnauze. Der kommt jetzt runter, wa? So. Na, Bullet Bill? Ah. So. Mann. Ja, ich save-statte jetzt. Ich bin feige. Bin ich... Boah, ich bin doch bescheuert. Gott. Warum spiel ich Mario, Hex? Warum tut ihr mir das an? Äh. 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 Ja, dann bin ich jetzt halt klein. Nein. Wish of one, these pipes will take me out of the cave. So many pipes. Let's just take a guess. Just let me my Yoshi wiederhaben. Nein, der verschluckt den P-Switch. Den brauche ich. Das ist jetzt nicht ernsthaft verschluckt, oder? Ich brauche den P-Switch. Mann. Blöde. Yoshi. Getier. Einfach schon mal da hinwerfen. Oh, ja. Dann, ja. Leck mich. So. Dafür brauchten wir das, damit die Münze zum Block wird und wir durch die super schöne Röhre gehen können. Und das Exit haben. Yay. Das Spiel ist doof. Oder einfach nur ich bin doof. Könnt ihr euch eins aussuchen. So, ab zu Level 3. Das wäre My Island Day. Ja, toll. Inspirations-dennen Namen. To the Doctor. Find the P-Switch. Dann finden wir mal. Hui. Won't be easy. Natürlich wird das einfach. Ich nehm dich mit. Dead End. Ja, wenn wir da reingehen. Also, in jede Tür. Ja, ich hab das Spiel schon gespielt. In jede Tür, die hier ist, kommen wir nur wieder zurück zum Anfang. Und haben nix geschafft. So, P-Switch nehmen wir jetzt mit. Hui. Na. Schmeiß hin. So. Lauf, Yoshi. Lauf. Spuck. Tritt. Fertig. Speed up. So. Und? Wir sind beim Doktor. Mal gucken. Press up by Yoshi. Okay. Hm, hm, hm. Okay. Hm, hallo. Oh, Mario. Hm? You do not look well. Go through the door. The doctor will help you. Press up. Yep. Dann presse ich mal ein bisschen. So. Gut, der will nicht mit mir reden. Aber er, okay. Do not worry, Mario. I have the best meds here. This should cure you. Now you need rest. Wer jetzt an meiner englischen Aussprache rummängelt, wird geblockt. Ha. Nur mal so ganz nebenbei. Ich, äh, ja. Mario drunk the medicine and die. End. Äh. Ja. Ähm. Speed up, speed up, speed up. Das war the hack. Mario ist angeblich gestorben, doch können wir noch weiterspielen? Und, das war ein böser Yoshi-Doktor. Der hat uns falsche Medizin gegeben und wir sterben einfach so. Das ist echt fies. Alter. Der Hack ist doof. Erstens mal viel zu kurz. Zweitens mal, was ist das für ein Ende? Warum zur Hölle stirbt der? Egal. Gut. Danke fürs Zuschauen. Das war mein Mario Hack. Let's play. Mario ist sick und died. Danach, ähm, ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Let's Play, ob es nun dann wieder ein Mario Hack ist, oder ob ich dann mal mit meinen anderen geplanten Games anfange, wird sich zeigen. Also Leute, bis dahin. Das war's für uns, was ich sicher mit uns jetzt nicht leid. Das war's für uns, weil wir nicht leer.